Hey liebe Freunde, das ist Georg und ich bin Johannes und wir sind die Gründer der Naturschutzorganisation Safe Nature Group. Wir sind ein Netzwerk aus vielen freiwilligen Helfern, die sich für die Natur einsetzen und wir haben verschiedenste Projekte. Genau, das sind zum Beispiel Projekte wie die Pflege von Streuobstwiesen. Wir pflanzen Bäume und machen aus den Äpfeln, die wir dann auch ernten, Apfelsaft und haben so einen Kreislauf geschaffen, womit wir dann auch Geld generieren konnten. Davon haben wir eine Naturlehrfahrt gestaltet bei Leuthenberg, da könnt ihr uns besuchen kommen, seid ihr herzlich eingeladen und heute sind wir auch noch mit einem ganz besonderen Projekt, nämlich dem Kunststoffrecyclingmobil live an der Schule hier in Jena und machen einen wunderschönen Projekttag. Da haben wir mit den Kindern heute Morgen den Müll gesammelt, der hier so rum lag und aus dem Müll kann man dann sowas Praktisches machen wie dieses Lineal. Und da lernt man quasi auf praktische Art und Weise, was man alles aus Kunststoffmüll, der so rumliegt, machen kann. Und apropos Kunststoffrecyclingmobil, dieses Projekt wurde von der Klimaschutzstiftung Jena Thüringen gefördert und dafür wollen wir uns ganz herzlich bedanken. Wenn ihr coole Projekte oder Ideen zum Thema Naturschutz oder Klimaschutz habt, dann könnt ihr natürlich auch gern an die Klimaschutzstiftung herantreten und dort eure Förderung bekommen.